Mit-mit-mit-zummit-kumpanern? Hi! Hi! Du, äh, kann ich euch, äh, vielleicht dazu bringen, dass wir das, dass ihr das friedlich löst mit meinem Kumpan, der da oben gelootet hat? Hier ist ein größerer Rucksack für dich. Wenn du brauchst. Ja, wo bist du? Ich bin, warte, ich komm auf die Straße. Ja, ich bin Feuerwehr gerade. Ich bin, da wo die Drehbank-Dings war, die Straße weiter hochgelaufen, äh, weiter Richtung Silos. Ich warte ja auch auf der Straße. Drehbank-Dingens, ja, da. Ich esse, ich esse eben was. Da, hier in das Haus rein. Das Grüne, wo ich drauf zugucke. Hallo, hier. Ah! Was war das? Hast du mich getroffen, du Idiot? Ich glaub, ich hab mein Bein, mein Bein ist gebrochen, glaub ich. Quatsch. Ich glaub doch, mein Leg hurts, steht hier. Kannst du aber sehen? Äh, gleich. Jetzt seh ich weiß. Es dauert ne Weile. Ich kann nur... Ja, in das Haus musst du auf jeden Fall rein. Alter. Bisschen hell, ja? Ja, jetzt seh ich wieder nochmal. Chipped... Ich hab'n Chipped Leg. Jo. Du hast mir die... Chipped Leg, du hast mir die Beine ge... Warte. Ich hab'n verstauchtes... Doch, ich hab'n verstauchtes Bein. Mein First Aid Kit ist ruiniert. Ja gut, das Ding ist direkt vor deinen Füßen die Kolon. Ja. Und explodiert. Ja. Ja, dann darfst du mir mit der Axt jetzt mal bitte, äh, ein Zweig holen, damit ich, äh, mir hier so ne scheiß Bandage machen kann. Was war das? Was? Bin's du da gerade? Was mach' ich? Auf der Straße? Nee. Richtung rotes Haus? Nee, das könnte aber ein Zombie sein. Nee, das ist kein Zombie, das sind Spieler. Mit drei Zombies am Arsch. Was? Ja. Ich bin bei dem roten Backsteinhaus hier. Ja? Hier schießt einer. Fuck! Ja, beim roten Backsteinhaus draußen. Vorne. Irgendwo da. Ja. Wir werden dann den roten Rucksack auf. Ich nicht. Okay. Aber ist nicht, äh, 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 äh... Ist PVP-Zone, äh, alle großen Städte. Elektro gehört dazu. Wann ist der mir doch hinterherlaufen, der Penner? Alter, hier schießt doch wer. Ja? Ja? Ah, das Problem ist, ich will nicht, wann hier hochkommen. Scheiße. Tenzeln die unten rum, Alter. Soll ich, soll ich sonst versuchen, kommen schlichten? Damit sie dich nicht umbringen. Alles klar, wartet mal eben. Lass mich einfach mal eben dahin gehen. Knall dich auch bloß ab, Alter. Ja, wenn denn. Ich knall sie eh früher oder später ab, da. Wenn's mehrere sind. Wo ist denn hier dieses Tech-Gebäude? Ich bin hinten am Strand, ne? Ach so. Ach, da hinten! Aber die haben hundertprozentig noch Munition dabei, wenn die hier schon mit... Hallo. Hi. Hallo. Du, äh, kann ich euch, äh, vielleicht dazu bringen, dass wir das... Dass ihr das friedlich löst mit meinem Kumpan, der da oben gelootet hat? Hm, das ist schwierig, denn ihr habt uns das Gerst zusammengeführt. Na, er hat Schüsse gehört und dachte, er wird auf ihn geschossen. Ich hab die Schüsse ja auch gehört, außer Ferne. Ich war bloß ein bisschen woanders. Und dachte, ich komm mal hierher jetzt. Ich hab nichts an Waffen oder sonst irgendwas. Beziehungsweise hab ich Waffen, aber keine Munition dafür. Ich bin doch relativ frisch. Genau wie ich. Ja, dann lass uns aber auch vorher abhauen. Ihr habt nicht zufällig einen Reifen für'n Bus noch irgendwo, ne? Für was? Reifen für'n Bus? Äh, ich kann mal kurz fragen, ob er... Ja, ich... Vielleicht bin er ohne, wahrscheinlich. Äh... Nee, er hat vorhin... Vorhin hat er einen gesehen, irgendwo, ich weiß... Warte, 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 hinter... hinter dem Police... Wo die drei, wo die drei, ähm, ähm, Garagen sind. Noch, äh, rechts daneben so. Kleine Lappenhäuschen, da müsst ihr mal reingucken, da war so'n Bus-Ding. Wo's Krankenhaus ist. Ja... Ja... Okay, dann... War das wohl ein Missverständnis. Dann... Machen wir uns davon und dann... Ja, hallo, hallo, viel Spaß noch. Alles klar, euch auch, danke. Ich hab' mich tierisch erschrocken. Ich dachte, ich werd' geschossen. Weil es hat so laut... Ich dachte, ich werd' geschossen. Ich dachte, ich hab' geschossen. Ich hab' geschossen. Ich hab' geschossen. Ja, weiß... Ich weiß... Ich weiß, ich hab' nicht mal auf wenig Zeit geschossen. Ich hab' mich dann angeguckt, und hab' gesagt, scheiße, jetzt musst du schießen. Und dann hab' ich ne Handy gekriegt von hinten. Das ist ja gar kein Truck-Reifen, das sind ja Offroad-Wheels. Was? Äh... Bus... Das sind ja keine Bus-Reifen, das sind ja... Oder wolltet ihr jetzt Bus- oder Offroad-Wheels haben? Äh... Ja, da haben wir auch schon Räder dran zu machen. Ja, da haben wir auch schon Räder dran zu machen. Aber Bus kannst du nicht dran machen. Aber Bus kannst du nicht dran machen. Das müssen direkt Offroad sein. Nee, nee. Der Bus-Reifen ist ja auch für ein Bus. Ja. Ja, weil ihr nach dem Bus-Reifen gefragt hattet. Ja, ja, ja. Wir haben ja auch einen Bus gefunden. Ha, ha, ha. Achso. Ihr habt ordentlich Reifen ausprobiert, ne? Haben schon gesehen. Bisschen. Ich hab auch von Cerno aus einen mit hergebracht hier. Aber ich hab euch ne Zündkerze reingebaut. Ja, das ist nett. Ist super, ja. Ja, da müssen wir bloß an den Rest finden. Ja, da müssen wir bloß an den Rest finden. Ja, also dann suchen wir jetzt einfach weiter. Und wenn wir einen Offroad-Reifen finden, gehen wir in euch. Und wenn ihr einen Bus-Reifen findet. Ja, wie gesagt, guck mal, wenn du Richtung Krachenhaus bist. Wir können doch sonst selber hin. Oder wir können es euch um zeigen. Ich hab ja wie gesagt einen Bus-Reifen gefunden. Ja? Okay. Ja, ja. Wir looten, wir sind eh gerade erst angekommen. Achso, okay. Okay. Ja, wie gesagt. Ja, wie gesagt. Fass drauf auf. Wenn ihr von... Von Richtung... Von Richtung... Äh... Police? Na, hast ja gleich an der Seite. Hast ja gleich an der Seite. Hast ja gleich ein Krankenhaus. Und da hinter. Und da hinter. In dem Garten. Ja. Okay. Ja, gucken wir mal nach. Alles klar. Alles klar. Ja. 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 Das war mein Thema. Ciao. Ciao. Lass uns hier bloß abhauen, Alter. Wo ist denn... Ich hab ein Auto gefunden. Betriebsfähig? Vermutlich nicht. betriebsfähig wahrscheinlich nicht oder ich schaue gerade da schon auto ich glaube es nicht ja es fährt fast nicht kaputt ja das ist der ding der muss ich sein das ist bestimmt nicht der selbe das ist der weiße den gibst nur ein weiß ein paar weg Alter, halt, 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 halt das heißt nicht das sind Zweisitzer doch, das sind Zweisitzer? nein komm sie ran ja bleib erstmal stehen ja, bremsen ist nicht so sein Ding zum Fahrersitz jetzt jetzt bist du Fahrer kannst du das? wie mach ich die Kiste an? ich muss grad scrollen und on ich muss nur noch sagen wie er schaltet ne wie schalte ich? eh, E hoch, Q runter oh Gott pass auf, der ist wackelig fahr nicht zu schnell oh pass auf, du fährst zu schnell du fährst zu schnell fahr nicht zu schnell wie er hier wieder Fahrzeug Simulator spielen musste Guck, die Batterie ist sogar ruiniert und es geht immer noch. Ja, denn nur die zu den Kerzen mit, oder? Ja. Das können wir ja dranlassen. Wobei, nimmt am besten noch einer vielleicht die Batterie mit, dass die dann nicht sofort losfahren können. Ja, das sage ich ja, Batterie mit der, ja. Ja eben, nimmt noch einer bitte die Batterie mit. Per Repair Kit lasse ich auch mal da. Wie nehme ich die denn mit? Äh, du ziehst sie einfach von oben in dein Inventar. Nö, geht nicht mehr. Können wir nicht. Ja, dazu braucht man halt das neue UI. Ah. Hier ist Tropsy. Da liegt sie. Wie viel Platz nimmt die weg? Hier. Ja. 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 Die sind ganz links auf der Karte bei dem ö 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 Ja, wir können ja einfach mal drauflaufen. Ja, ich komm auch mit. Ich bin schon da. So, hier die Hochstände. Wo ich nicht hochkomme. Hä? Ach doch jetzt. Ja, einen Scope finden wir nicht schlecht, ey. Ja, Scope wirst du da auf jeden Fall nämlich mal anfinden. Alter, was liegt denn hier alles rum? Wo denn? Wo denn? Hier bei dem Unterstand. Alter, komm mal her hier, Stiefel. Wo ist denn der Unterstand? Hier drüben, hier drüben draußen. Hier, komm mal her hier. Hier? Vorhin der Typ, der sich darauf aufgerichtet hat. Ja, das ist ein Bug. Achso. Das ist ein Bug. Guck mal, SKS-Buhl, Handgranaten. Ja, nimm alles, was du brauchst. Alter, wo ist denn Unterstand? 20 Box-Pieces auf 9x39 Subsonic Sniper Rifle. Der Caprider ist Armour-Pieces-Core. Was? Alter, Diablo, bei welchem Unterstand? Hier hinten. Alter. Hier ist alles. Hier hinten. Der Anfang von, wo wir darauf gelaufen sind, auf den, ähm... Andere Seite davon. TTS-K.O.-Pans. Ach, da hin. Ich komme, ich gucke mir das mal an. Achso, die... Für die Red-Nein, geil. Die Red-Nein habe ich dabei. Die Red-Nein habe ich dabei, Leute. Und, äh... Was brauche ich für Spur? Kommen wir zu uns, wo? Da kannst du die... Die die... Ja. Ach, bei dem Unterstand? Naja. Dass ich den jetzt... Alter. Holla, die Waldfee. Habt ihr sowas noch nie gesehen? Nee. Alter. Was? Jetzt... Jetzt weiß ich auch, was die das eine Mal gemacht haben, als die mich bei... Bei dem Video, was ich für YouTube fertig gemacht habe, als die mich da weg... Äh... Weggeknallt haben, wenn man so möchte. Alter... Naja, gut. So besonders finde ich das jetzt hier nicht, weil die Magazine halt wieder fehlen. Ja, lass dir mal die ganzen Magazine an. Okay, ich muss, glaube ich, ein bisschen rumlaufen. Okay, alles klar. Ja, ja, ich merke das schon. Okay, alles klar. Ja? Ja, ja. Was ist hier alles umgehe? Was ist denn mit so viel Mumpel? Lass mal zum Auto jetzt zurück. Ja, auch zum Auto. Wollt ihr gerade mal noch eine Handgranate durch die Gegend schmeißen? Okay. Ja, lach nicht, Ahmed. Habe ich noch Kaffee drin? Und ich wollte eigentlich noch einen Scope für meine AK. Wo seid denn jetzt her? Okay, erst. Richtung Auto. Berg. Ich lege mich ganz, ganz, ganz unaufällig mit mir um den Roten Rucksack. Ja. Hier fang mal meine Kugel auf. Musst du jetzt doch so auf dich aufmerksam machen? Deckung! Ja. Oh, was? Du hast jetzt nicht ernsthaft eine geschmissen. Ja. Wo ist die? Luft geflogen, hast du gesehen? Achso, gehört habe ich es auch nicht. Soll ich noch eine werfen? Lachst du, wenn gleich einer stirbt? Ich werbte ja nicht zu euch. Kommt näher, ich drücke sonst gucken hier. So. Das war ja niedlich. Also ich laufe jetzt zum Auto. Ja, ich komme mit. Wollen wir nicht an der Außenmauer stehen bleiben? Ich mache schon mal das Voranteil. Also ich sage, das war ein Fehler. Aber gut. Oh, heilige. Das ist echt mega, ne? Ja, ich würde sagen, du hältst jetzt auch gleich irgendwo an. Ja, bitte jetzt. Wo zählst du hin? Komplett. Hä? Achso, er packt jetzt hier rechts. Ja, ja, alles. Die Sounds von der Karre sind halt so stressig, ne? So. Dann noch jemand bitte die Batterie raus. Danke. Na, das macht der Gott zu. Ähm, ich kann die doch nicht rausnehmen. Warum nicht? Ja, weil er mir die rausgeben muss, damit ich sie einstecken kann. Ich habe doch das neue UI nicht. Das User Interface. Ey, wenn du das aufhörst, da kann da keiner was rausnehmen. Doch, ich kann da was rausnehmen, weil ich habe das neue UI. Das neue UI? Zombie. Was? Ja. Ich habe ein Zombie gehört. Äh. Achso. Akarscope? Ja. Damaged. Akarscope? Yo. Dammit. Nächstes Akako ist auch damaged. Zurex. Schüsse. Ich wurde getroffen. Ich werde immer noch getroffen. Oh, fuck. Wo bist du? Ja, hier ist einer. Ich renne wieder zurück am Airspeed. Das ist ein SKS. Hast du denn gesehen, wo er war? Ja, hinter mir. Der ist am Anfang rechts. Äh. Warte, warte. Ich. Ähm. Rechtes Ende von der Zeltstadt. Fuck. Rechtes Ende von der Zeltstadt. Ja, außen. Ja. Gesehen habe ich nicht direkt. Ich habe bis gehört, woher der Schuss kam. Fuck. Von wo gesehen ist das rechte Ende? Wo der Sandbunker ist, oder was? Warte. Ähm. Wenn du die Zelte bis zum Ende durchgehst. Von. Ja? Oh. Ich bin. Ich bin tot. Von rechts. Jetzt. Ausgang. Ausgang Zeltstadt. Wer sitzt da oben auf dem Hochstand? Ich. Okay. Hinter dir. Bei dem blauen Tor. Aus der Richtung ungefähr müsste es gekommen sein. Das hat sich ziemlich nah angehört, als ob der hier in der Zeltstadt war. Ja. Fuck. Und nicht raus. Ja. Die Schüsse kamen bloß von rechts Richtung, ähm, Richtung Tor. Richtung blaues Tor. Da müsste er jetzt zwischen uns sein irgendwo. Das hat sich angehört, wie in der S-Kreis. Scheiße. Das ist... Ich bin auch tot. Wo bist du denn rumgelaufen? Ja, ich war... Ich bin bei seiner Neiche auch an dem Sand... Sandding. Und der hat von rechts geschossen, aber der war übel schallgedämpft, Mann. Ich hab das Knallen hören. Ich hab nur den Einschlag in mir gehört, den Rest nicht. Scheiße. Fuck, da komm ich doch nie und nimmer schnell wieder hoch, um da irgendwie was abzugreifen. Wieso fällt da jetzt ein Baum um? Er wird da wahrscheinlich grad einen Baum hacken. Oder er ist dagegen gefahren, oder irgendwie was. Warte, da ist grad eine Riesentanne umgefallen. Da, aber man... Dings hinschmeißen? Vielleicht hat der sich seine Beine gebrochen und musste jetzt einen Baum fällen? Vielleicht ja, möglichstes. Ich hab auch keine Angranate mehr, verdammt. Ich seh ihn. Ja? Ja, ja. Er blöselt da rum. Ich glaub, er weiß, wo ich bin. Okay. Der krabbelt da die ganze Zeit hin und her. Vielleicht hat er sich ja recht die Beine gebrochen. Naja, ich weiß nicht, für der krabbelt die ganze Zeit. Jetzt finde ich irgendwie scheiß Magazine. Was hast du für eine Knarre? Echt? Meine CR. Achso, die CR. Hast du einen Scope drauf? Doch, Platzschuss. Boah, Alter, der ist direkt auf mich drauf zugelaufen, der Penner. Ich hab ihn. Nice. Geil gemacht, Diablo. Bleib auf bei. Kommt, Alter, weit flank gelaufen. Ach, der hat eine SKS gehabt. Ach, krass, Alter. Ich wusste, dass mich eine SKS gekehlt hat. So. Ich wusste, dass du Christjof glädelsthaus und dein Ar vez sagst.